The War Overlord, herzlich willkommen beim 3 vs. 3 auf Mont Hermes, spielt Big Bruno und Nike mit Wing, gebe ich erstmal das Wort an Big. Die Gegner haben monströse Statistiken, hier der eine zum Beispiel 8 zu 0 als Siegniederlagenverhältnis und deswegen haben wir uns gedacht, muss Nike mitspielen, hallo. Heyo. Ja, der muss es sozusagen jetzt hier wieder gerade rücken. Wir richten 1 gegen 5, großartig. Einer muss es ja machen, ne. Und genau. Ich bin hier unten, das ist aber jetzt gar nicht so unbedingt mein Fall. Na was denn, das ist immer der Beste im Team, der Mann, der es alleine macht. Der Einzelkämpfer aus der Tauberen. Oder einfach ein Pershing. Richtig. Ach scheiße, du bist zur falschen Fraktion, ne. Ja, der M26 Pershing wollte Panzer, muss er. Ja, so sieht es aus. Und warum machen wir jetzt plötzlich wieder ein Video? Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Wir waren einfach wieder ambitioniert. Mehr oder weniger. Na eigentlich schon, oder? Ja, doch. Wir haben uns heute dazu durchringen können. Also durchringen. Das heißt, Horst der Tauber hat mich gefragt, ob wir mal wieder ein Video machen wollen. Das hat es noch nie gegeben. Das hat es wirklich noch nie gegeben. Das ist eine höchst seltene Konstellation. Ja. Aber durchaus kann sowas vorkommen. So, ja. Da hoffen wir doch, dass wir den Gegnern die erste Niederlage verpassen für ihre Statistik. Ja, ich glaube, das sind eher harte Smurfs. Ja, ich denke. Na, wobei Smurfen lohnt sich ja nicht mehr, oder? Es gibt ja keine Ränge. Ja, die wollen vielleicht einfach trollen vor der hohen Statistik haben. Wir machen das schon. Ja, irgendwie. So. Also ich habe das Spiel wirklich seit, weiß nicht, genug Monaten nicht mehr gespielt. Seit geraumer Zeit. Man könnte fast sagen, zwölf oder so. Also guckt, wann das letzte Video rauskam, wo ich selber gespielt habe. Das war so auch das letzte Spiel von mir. Ja. Oh, fuck. Zweiter Trupp. Auf dieser Stelle ist erstmal das Massencaptain angesagt. Taube, ja gut. Du bist ja schon weit vorne. Ja, ne. Da habe ich mir aber was getraut. Offensive Tauben. Die Offensivtaube. Die Offensivtaube ist ja gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Aufklärung. Die Taube fliegt über das Schlachthelsen weg. Oh, ich sehe gerade, wir spielen Auslöschen. Da gibt es ja gar nicht so viele strategisch wichtige Punkte. Das ist allerdings richtig, ja. Das haben die freiwillig angemacht, ne. Wir haben sie gar nicht gefragt. Das stimmt ja eigentlich. Das sehen wir auch noch gar nicht. Wo sind die? Da ist er. Der Feind. So, ich zerschieße jetzt gleich mal den ersten Pio hier. Ja, ich bei mir auch. Irgendwie haben die nur Pios momentan. Nein, bei mir sind auch Schützen. Sogenannte Schützen. Ja, da macht die mal kalt mit deinem... Okay, könnte klappen. Ich glaube, es sind ganz so überragend sind die nicht. Der eine fängt hier an, OPs zu bauen. Okay. Das ist vielleicht die Überstrategie oder so. Ja, aber das wissen wir alles nur noch nicht. Ich weiß nicht, die haben noch keine Niederlagen. Also die können nicht schlecht sein, jetzt mal so. Special Verwirrungstaktik. Richtig. Oh, der Jeep kommt. Der gemeine Kampf Jeep. Oh, ich muss mal hier in der Mitte weiter cappen. So, wie ist denn das? Volksgrenadierer haben eine höhere Range als Schützen, hm? Ja. Machen dafür weniger Damage offshort. Oh. So, jetzt zerschießen wir ihn hier. Ja, aber wirklich so überzeugen sie die echt nicht, also... Noch nicht. Das kommt alles erst im späten Spielverlauf. Deswegen spielen sie auslöchend. Die spielen alle dreifachs Pershing. Dagegen können wir halt nicht gewinnen. Richtig. Das ist genau der Punkt. Das ist einfach so. Das ist unmöglich. Apropos Pershing. Ich habe Gerüchte gehört, dass der M26 Pershing jetzt auch in COA2 bald auftauchen soll. Wäre ja mal lustig. Dann würdest du auch anfangen, COA2 zu spielen, oder Taube? Möglicherweise, ja. Hier, Sniper haben sie jetzt auch bei mir. Oha. Ich sag ja. Oh, der Pio soll ja nicht vor... Wow, Sniper schon, also... Aber lachen wir lieber nicht. Wir werden am Ende ja noch zermeert. Das Taube regelt das. Der Kappert dann den ersten Falsch in der Geschichte. Ja, klar. COA2-like. Einfach mal übernommen. Oh, meine Truppen stehen ja schon ganz under base, so... Bisschen vergessen. Ja, Nike, du hast aber da gerade nicht so die Gegenwehr, kann das sein? Nee, der hat da nur einen Sniper und einen MG und ich laufe halt immer außen rum. Das ist sehr schlau an dieser Stelle. Ach, scheiße, der hat bei mir ein MG-Nest gebaut. Allein schon, dass er eins baut, ist etwas merkwürdig. Oh, der Sniper ist tot. Wobei, da runter, runter, runter. Oh, die Trottel. Wo sind die denn? Ich habe keine Ahnung. Es muss der Purschen kommen. Da machen wir mal wieder ein Video und nichts passiert. Es ist einfach... Das ist ein gutes Aufwärm-Spiel. Ja, eigentlich schon, aber... Und ich lande im MG. Die wollten uns ja vorhin schon dazu zwingen, dass wir hier zu zweit das ganze Spiel starten. Dann weißt du auch, wie die ihre Spiele gewonnen haben. Ja, klar. So, wir kommen rein. Zwei Mann. Da schreiben sie schon mal Green. Ach, scheiße, Mann. Und ich verkacke auch noch. Der Sniper hier, das gibt es doch gar nicht. Ja, komm, Bike, ne? Oder jetzt kein Bike ran. Nach der Volkskanal ja alleine. Der deutsche Soldat, der kann das. Gibt es ja eigentlich irgendwelche hohen Punkte auf der Map? Nee, bei uns nicht. Irgendwie nicht. Nee, nirgendwo. Ach, das ist echt... Ja, dieser blöde Sniper, der muss ja wohl spinnen. Ich hole trotzdem jetzt ein Bike, ne? Sicher ist sicher, ja? Muss man ja mal sagen, hier. So, erst mal DevDoc, ne? Das ist immer das Beste, wenn man gerade wieder neu dabei ist. Nee, nee, das ist fertig. Ja, automatisch. Werden wir jetzt nix, ja? DevDoc, da gibt es mir zu wenig Panzer. Komm, jetzt hier schnell den Stacheldraht, dass er erst mal wieder die Deckung weg ist. Der beschissene Sniper, ich fass es nicht. Ich dachte, ich habe mal irgendwo ein Gebäude für ein FHQ, aber da gibt es irgendwie nix bei mir oben. So, irgendwas... Irgendwie ist ja alles tot, ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, alles tot nach der Wende, wie im Osten. So sieht es nämlich aus. Das ist, äh, traurig. Jetzt sieht es natürlich besser aus, wenn er dem Taube angefangen hat, den Osten wieder aufzubauen. Richtig. Aufbau Ost, ne? Mhm. Sehr schön. Hier unten sehen wir, ja, mit seinem Tatendrang, auch sogar ein FHQ gebaut. Junge, Junge. Ja, das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Das ist irgendwie... Das Spiel ist gerade... Also, wenn Horst der Taube seinen Gegner bis an die Basis zurückträgt, da ist mir irgendwas verkehrt. Nee, nee, der holt jetzt auf, Freunde. Der holt auf, ich sag's euch. Soll ich dir ein MG runter schicken? Ich schicke dir einfach mal eins, der bei mir macht eh nix. Ich schicke dir einfach mal alles runter, da klatschen wir den. Und dann... Der ist ja der Sniper hier, den werde ich mir holen. Diesen garstigen Sniper. Oh, oh. Der ist ganz geschockt damit. Damit hat er nicht gerechnet. Das ist das Auto von Kräuter, ich weiß nicht. Das Mikro ist jetzt nicht so. Also, mit dem Sniper kann ja auch keiner rechnen hier. Ja, das ist... War jetzt nicht so mal. Der spielt ja sozusagen Doppeltier, ne? Naja. Aber da kommt ja die rettende Unterstützung seitens Big Boon. Ja klar, muss doch, muss doch. So, da sind sie festgenagelt. Komm, jetzt schnappen wir uns die im Nahkampf. Also, meine greift sich jetzt voll auf das ein. Nee, der greift sich nicht ein. Der attackiert mich von hinten. Und jetzt hoffe ich, dass der Jeep in die Mine rast. Und tatsächlich, es ist geschehen. Leaks Min. Ist das ein überlegender taktischer Angriff? Oh, fuck. Die haben ja auch einen MG. Ja, aber haben ja einen Jeep verloren. Fuck, mein Volks ist tot. Bevor sie in meine Mine... Nee. Mein Volks wurde durch meine eigene Mine ausgelöscht, wie das aussieht. Ach du Scheiße. Professioneller Taktiker. Also, ich spiele sowieso immer nur überlegene Strategien. Richtig, ja. Welche Strategie wählst du? Die überlegene ist die richtige Antwort. Immer, immer. Dafür holt ihr jetzt hier schön. Und, äh, wir werden jetzt hier alle schön zur Matic-Station gebracht. Und der Gegner merkt's nicht. Das macht doch fun. Ja, das gibt's doch gar nicht. Da ist immer noch das MG. Das kann ja keiner wissen. Ja, dann hol doch mal deinen Sniper. Oder, oder umgeh das mal, ne? Ja. Ganz taktisch clever. Aber auch noch ein Mörser, ja. Die taktischen Möglichkeiten sind schier unerschöpflich. Ach, die bauen sich hier Scharfschützen. Ach, Scheiße. Hier, ist ein Sniper. Was? Ja. Irgendwo dort. Ja, da, wir haben ihn. Tot ist er. Tatsache. Ja, gut. Irgendwie so, oh, ich weiß nicht. Ich find's ja ganz witzig, dass sich Nike die ganze Zeit zurückhält. Oh, jetzt wirst du überrannt. Soll ich einfach über den drüberfahren hier, oder? Ich weiß nicht. Wollen wir noch ein bisschen zappeln lassen. Wir lassen die mal zappeln. Ich bin ja gespannt, was kommt. Am Ende ist mir jetzt nur überheblich und jetzt kommt sonst was. Also, man weiß es ja nie. Ja, da kommt auch noch der Pershing, ich sag's dir. Dabei, eigentlich. Ja, die haben sich in mein Haus reingesetzt, die Schweizer. Das kann ja keiner ahnen. Flammwerfer. Pass auf deinen guten Mörser auf, Junge. Bitte, die Map hier ist eigentlich ziemlich cool aus. 3v3 Map. Das einzig blöd ist dann immer nur bei Briten auch noch dabei. Also, dann ist die Map nicht mehr ganz so cool. Ach, die haben wahrscheinlich das DLC nicht oder so, die Gegner. Ja, das ist auch möglich. Ey, jetzt wurde er entmannt. Freue mich schon auf die Briten in CH2. Mal gucken, was da rauskommt. Ja, gibt's jetzt auch, ne? Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Jetzt schon, ne? Gibt's noch nicht, wann kommt denn das? Ja, die kommen dann raus, genau. Wir sind hier los. Ja, Horst hat es wieder verwissen. Wie immer. Die sind hier übermächtig. Na, ich schicke dir gleich mal was runter hier. Komm, setz dich ins Haus, Junge. Das bringt mir auch nichts. Oder mach wenigstens Heal an. Heal an? Tatsache. Heal. Aber das bringt im Kampf, glaube ich, wenig. Ja, doch. Ja, also in dem Fall, wenn du im Haus sitzt, dann schon gegen die. Guck mal, jetzt raus, raus, raus. Hat da nichts gebracht. Das Haus ist groß genug für alle. Ja, wenn da irgendwo so eine Granate einschlägt, dann meine ich. Das juckt keinen. Da geh ich halt. Warum hat er denn im Kinder irgendwie weg? Ja, das ist dabei. Ach, wisst ihr, was ich schon immer mal machen wollte? So eine Brücke mit dem Goliath sprengen. Jetzt hat er einen Traum. Wobei mir das jetzt weniger bringt, wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, die geben eh gleich auf, wenn das so weitergeht. Ich weiß nicht. Die haben irgendwie, macht meiner gar nichts mehr hier. Ich stehe halt wirklich vor seiner Basis. Ich glaube, kann das sein, dass der bei mir hier ist? Ja, keine Ahnung. Der hat die ganze Kampfkraft bei mir gebündelt. So sieht es doch aus, Freunde. Taube kriegt einfach alle ab. Da, guck mal, da hier. Die haben ja so eine komische Ladung. Oh, fuck, fuck, fuck. Es gab ja noch Haftladung. Ach, scheiße, wie ich die Haftladung vergessen habe. Pass auf, dass der Goliath jetzt nicht seinen eigenen Puma sprengt. Ich sehe es kommen. Ach. Ich habe eine Einheit verloren. Ach ja, der Heck. Kommt da eine Meldung, wenn man den Goliath verloren hat? Ja. Das ist ja echter Witz, oder? Das ist kein Witz, das ist die Wahrheit. Ach, scheiße, das MG. Man sieht hier, ich spiele mit Übersicht. Und Lutz ist ausgehört. Ach, Mensch. Unter anderem auch. Ich glaube, da können wir gleich noch eins dranhängen, oder? Ja, ich glaube auch. So, ja. Direkt hier. Ja, gut, dann lernen wir uns mal. Das Video laden wir jetzt auch nicht hier einzeln hoch. Da kommt dann gleich noch eins nachgeschoben, ne? Weil das ist ja hier mal gar nichts, ne? Ich dachte schon, die Statistik spricht für sich, die sie hatten. Aber, wow. Wir gucken mal auf die finale Punktverteilung. Horst der Taube stark überlegen. Du bist fast so gut wie der beste der Gegner. Wow. Ja, Wahnsinn, oder? Begeisterung, ja. Wow. Ja, so viel dazu, ne? Also, das war mal ein Comeback. Das ging eigentlich nur darum, Horst der Taube zu motivieren, ne? Die anderen waren eigentlich auch Leute aus der Community. Die sich bereit erklärt haben zu verlieren, damit Horst der Taube auch mal ein bisschen gepusht wird in seinem Ego. Ganz genau so war das. Ich glaube auch, hier sitzt eine Weltverschwörung am Werk. Ui, wer dazu im nächsten Teil? Dann, ciao. 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 Ciao.